... Musik ... ... Hau, ha, ha! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dann wieder das Oktoberfest lanciert. Schad, Trapeschwil, ja, genau! Er braucht einfach ein Fest, ein Oktoberfest. Mich freut es ausserordentlich, dass ich das jetzt neu mit dem Mike zusammen mache. Der Mike Quick, eine richtige Grösse in der Stadt, mit dem richtigen Personal und hat alles Top-Leute mitgebracht. Wir haben auch eine schöne Bar mit der Eveline. Geht schauen, sie wird euch dort bedienen. Speziell begrüsse ich noch den Stadtrat Kurt Kählin, der ist auch anwesend. Mich freut es ausserordentlich, dass so viele da sind und dass man wieder nach dieser schweren Zeit von zwei Jahren Unterbruch wieder ein Fest lassen kann. Wir singen immer wieder, jetzt geht's los, alle Zeiten überlegt, auch über unsere Eveline. Seit Jahren lebe ich mit dir und ich dann ganz verfehle, lassen wir dich mit dem Herz.